Der Hippope, der Körgert Der Körgert Hehehe, boah Hallo, ich bin RvT Anime und willkommen zu diesem Video Dieses Video ist ein kleines Infovideo Und vorab erstmal Danke für die fast 500 Abonnenten Wir werden auf jeden Fall die 500 noch knacken Ähm, hoffentlich bald Und wir bauen unsere Community immer höher auf Ich werde schon irgendwann sehen Irgendwann werden wir so Keine Ahnung, mal 1000 Abonnenten haben Aber das wird auch noch ein bisschen weiter weg sein Ähm, ja Äh, warum Infovideo? Ja, Infovideo, weil Ähm, das Fortnite-Gewinnspiel wird sich etwas verzögern Um paar Tage oder eine Woche Ist noch nicht fest Ähm, weitere Infos Wenn es, äh, wenn das Gewinnspiel wieder Äh, laufen sollte Gibt es dann auch Ähm, das nächste, was ich euch noch sagen werde Oder sagen soll, ist, ähm Ja, äh, ich und White Eagle Werden jetzt mehr Videos machen und streamen Heißt quasi, in der nächsten Zeit werdet ihr mich mit den Streams sehen oder vielleicht mit den Videos Äh, und Ja Und dass wir auch auf, äh, auf, auf euch hoffen Falls ihr was für unseren Kanal denkt, was wir besser machen sollten Oder Video, was wir vielleicht besser machen sollten Oder was wir machen sollten Was für ein, für ein Content, also Videomäßig Was ihr halt Euch wünscht von uns Das könnt ihr auch immer in die Kommentare, äh, in die Kommentare schreiben Und der Hashtag Ich habe eine Idee Ähm, lasst einfach mal Eine Bewertung da oder sonstiges Schreibt einfach rein Und das wär's dann eigentlich Tschüss Und das wär's dann Untertitelung des ZDF, 2020